Willkommen zurück zu einer neuen Folge Tomwalder Oh, dann Zoom jetzt Gucken wir wieder ein bisschen hinkommen Okay Reyes, ich nähere mich der Endurance Was genau brauchst du? Alex, da bist du Wir waren schon besorgt Ich brauche ein Stemmeisen und den Rest meines Werkzeugs Sonst gibt es keine Reparatur Okay, wird gemacht Lara kommt zu dir, du solltest auf sie warten Lara? Nein, nein, ich schaffe das Ich gehe jetzt rein Ab jetzt, Funkstille Alex, was machst du da? Ja, was machst du da? Und was haben sie gesagt? Was ist da oben los? Irgendeine Frau hat alle gepackten in Bescheid Und alle anderen sind umgelegt Wo zum Teufel ist sie? Ich weiß es nicht Was? Nur eins Dmitri und Nikolai sind auf Keine Scheiße Hat jemand Vorrisse von dir? Vielleicht ist Nikolai Der Schicksal von nebenher gekommen Ich glaube nicht, dass er weiß, was los ist Vielleicht in der Welt Dann möchte ich nicht in seiner Nähe sein Der Ruf wird total ausrasten W situations Aber ganz knapp Oder 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 Ou Oder Mein Gott, das ist ein Rennen, ein Mabiniger hier. Was machst du da? Mädels, ich hab nach oben gedrückt, nicht nach rechts. Das wäre zu Kategorie unnötiger Tod. Ach, jetzt auf einmal. Okay, wir bereichen. So zum Teufel sagen wir den Überliebenden! Aha, ich stelle dir das mal vor, Überlebende. Hier ist nur die Grabmission, ne? So etwas wurde von Schreibern am chinesischen Kaiserhof benutzt. Eine kleine Gravur deutet darauf hin, dass es Eigentum eines kaiserlichen Botschafters war. Aha. Sollen wir die Grabmission wirklich machen? Ja komm. Machen wir die einmal. Wenn wir schon mal hier sind. Genau. Genau. Angesengt. Was ist wohl deinem Besitzer zugestoßen? Auf dem Schild ist ein Name. Millie. Das ist geschützt, du mein Alter. Das ist ein Name. Jetzt mit dem Boden verblüht. das war ein teil der forschungsanlage wurden sie wirklich hergeschickt um die stürme zu untersuchen der strom ist noch da wie kann das sein wie kann das so sein es muss einen weg über dieses wasser gehen so 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 Was ist das? 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 Was ist das?